Musik Oh cool, dieses Play-Ovis jetzt muss ich mir unbedingt kaufen. Dann kommt Papa denn endlich, dann kann er mein Lahn zusammenbauen. Oh, das Essen braucht noch ein bisschen. Hallo, ich bin wieder da. Juhu, Papa ist da! Papa, Papa, ich brauche deine Hilfe. Ich auch. Na, das ist ja mal eine stürmische Begrüßung. Hallo ihr zwei. Hallo, Michael. Hallo, Vivian. Papa, kannst du mit mir ein Play-Ovis jetzt kaufen? Klar, kann ich gerne mit dir machen, Lena. Super! Schau mal, dieses hier. Okay. Hm, warte mal schnell. So. Genau. Es müsste etwa eine Woche da sein. Danke, Papa. Bitte, Rihanna. Und was kann ich mit dir machen, Mira? Papa, du musst mit mir den Kaufmannsladen zusammenbauen. Den Kaufmannsladen? Haben wir da noch Zeit, bevor es Essen gibt? Ja, das Essen braucht noch 20 Minuten. Okay. So, hier noch ein bisschen. Essen ist fertig. Kommt ihr? Ja. Ja, wir kommen. Komm, Mira, wir bauen nachher weiter. Ja, aber schau mal, er ist schon fertig. So. Ah, jetzt habe ich mir die Finger verbrennt. Schnell und das kalte Wasser. Ah, das hat weh. So, Mama. Hier bin ich. Einen guten Appetit. Einen guten Appetit. Gibt es denn keine Würstchen zu der Suppe? Ach, heute gibt man halt keine Würstchen zu der Suppe. Ist ja nicht so schlimm. Das schmeckt mir aber nicht ohne Würstchen. Fertig. Fertig. Wir gehen spielen. Okay. Papa, spielst du nachher noch was mit uns? Ja, ich kann nachher gerne noch etwas mit euch spielen. Was möchtet ihr denn gerne mit mir spielen heute? Verstecken. Ja, verstecken. Na gut, dann mache ich eine Hunde mit. Aber nur eine. Okay, Papa, und du zählst. Na gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf, fünf, zehn, vier, zehn, vier, zehn, vier, zehn. Ja, hier findet er mich. Sieben, sieben, siebzehn, sieben, jetz, neun, zehn, vier, acht, neun, zehn, vier, siebzehn, которую sie uns in der veginde plant. Vielleicht hier? Ne, da ist niemand. Und unter dem Bett auch nicht. Vielleicht hier in unserem neuen Schrank? Oh nein, jetzt entdeckt er mich sicher gleich und Mira hat gewonnen. Da war auch nicht. Jetzt gehe ich mal noch ins Bad nachsehen. Da war auch niemand. Vielleicht verstecken sie sich ja in ihrem Kinderzimmer. Hier nicht. Hier auch nicht. Hm. Hab dich gefunden, Lena. Papa, spielen wir noch mal? Nein, Kian, jetzt ist Zeit für das Bett. Geh bitte ins Bad. Ach, Menno. So, und jetzt zieht ihr bitte Pyjama an. Aber nachher dürfen wir noch unsere gute Nachgeschichte schauen. Ja, das dürft ihr jetzt noch machen. So, Kinder, jetzt ist es Zeit für das Bett. Ich bin aber noch nicht müde. Äh, ich muss hier noch was fertig malen. Bist du auch noch nicht müde? Ja. Komm, wir schauen, was Mama und Papa machen. Die schauen bestimmt Fernsehen. Psst, sei leise. Psst, sei leise. Oh ja, stimmt. Die schauen Fernsehen. Und nun zum Wetter. Morgen wird es um die 20 Grad. Pass auf, dass sie dich nicht sehen. Oh, Mira, was machst du denn? Was war das denn? Ich gehe gleich mal nachsehen. Schnell weg. Ja, schnell weg, ja. Aber Flecky, hast du deinen Fressnapfung geworfen? Ach, das ist ja wieder mal eine Sauerei. Das war nur Flecky. Da hatten wir jetzt aber Glück. Ja, und jetzt aber ins Bett. Am nächsten Morgen. Lena, aufstehen, du musst in die Schule. Äh, ich möchte noch nicht. Mira, aufstehen, du musst in den Kindergarten. Nein, noch nicht jetzt. Warte mal, Mira, was hast du denn da in deiner Hose? Ist das etwa Katzenfutter? Mama, ich saß garantiert nicht gestern Abend in Flecky's Katzenfutter. Ach so, okay. Wenn ihr euch das Video gefallen habt, gebt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und du monopolst du little stirierst, wenn ihr so da, bisher schlüsst duISSetaht. Wir kommen Cait.